Florian Marder hat sich den Ball zurechtgelegt, wählt die spielerische Variante über die linke Seite. Diese hohen Flanken, die kommen immer wieder gut. Und jetzt steht sie 1 zu 0. Die WSG, die geht in Führung. Die 15. Minute und die Tiroler also mit 1 zu 0 in Front. Lukas Katnik, der Torschütze.